Rußigpupsig ist am Start heute mal wieder mit einem neuen Video ich bin wieder Mal unterwegs als kleiner Paulberger Alter habt ihr das gerade gesehen Alter wer rennt das so schnell oh mein Gott Leute Wer ist das denn, es ist gerade nein ich glaube es ist Sonic, Leute Oh mein Gott, wir müssen irgendwie er Ich will auch so schnell sein wie er, mal gucken wie reden ma mit dem lying Ey Sonic, langい collector Alter, du bist so groß wie ich Alter, Leute, lasst auf jeden Fall jetzt ein dickes Like Und abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen Denn ich glaube, heute werden wir die geheime Formel von Sonics Schnelligkeit rausfinden Und versuchen, so schnell wie er zu werden Wohin läuft der Mann? Wieso ist der so schnell? Ey, Sonic, Sonic Hey, Sonic, ich habe eine kleine Frage Ich bin ein großer Fan von dir und so Und ich wollte fragen, wieso bist du so schnell? Weil ich so schnell bin Alter, ich kann ja nicht mal mit dem reden, Leute Guck mal, der ist mal hier, mal da Ey, was ist das denn? Wieso handelt er mich so, Mann? Wieso redet er nicht mit mir? Oh, ich erwisch ihn, ja, 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 oh Ja, er ist auf dem Foto Ey, da ist ein Peperazzi, da ist ein Peperazzi, Leute Ey, Sonic, Sonic, ich bin ein riesen Fan von dir Können wir mal ein Foto machen? Warum denn? Warum denn? Hier, komm mal, abfohlen mal Ey, Sonic, was machst du da? Hör auf Fotos, Mann, oder ich werde dich verprügeln Ey, Sonic, ruhig, ich bin doch ein riesen Fan von dir Oh, nein, nix da Ich kaufe doch mal dein Merch Alter, Leute, guck das euch an Hey, ey, lass mich runter Oha, was macht er mit dem? Er tut den... Oh mein Gott, der Arme Alter Lass mich runter, Sonic, ich mach nie wieder Ey, die sind einfach abgehauen, Leute Der arme Kameramann, da hat so Fotos von ihm gemacht Oh nein Oh, was macht er? Alter, was... Oh, mir wird schlecht Alter, was macht er mit ihm, Leute? Oh mein Gott, habt ihr gesehen? So, und jetzt fällst du runter Oh, ist er hier? Sonic, warte, Sonic, warte Nein Alter, der rennt einfach weg, Mann Ey, wir gucken mal, ob Deiner noch die Fotos hat von ihm Hä, Entschuldigung Hallo? Hallo? Ey, der reagiert nicht mehr, Leute Ich nehm jetzt die Kamera von ihm weg Oh mein Gott, Leute, guckt mal die Fotos von Sonic an Ey, der hat irgendetwas Vielleicht sind das seine geheimen Schuhe oder so Ich will auf jeden Fall so schnell werden wie Sonic Und ich denke, da gibt's irgendein Geheimnis, Leute Und das werden wir heute lüften Deswegen machen wir uns auf den Weg zu Sonics geheimen Geheimversteck Und deswegen, Leute Schnappen wir uns jetzt ein Auto Bitte stehen wir Oha, Alter Der tut mich einfach umfahren, Leute Ich schnapp mir jetzt einfach ein Auto Und ich versuche, Sonic zu jagen, Leute Mal gucken, ob wir ihn finden Let's go Ey, Leute Ich hab die ganze Zeit nach Sonic gesucht Ich hab ihn einfach nicht gefunden Und deswegen hab ich keine Lust mehr Ich fahr jetzt nach Hause, Leute Ganz ehrlich Er ist einfach viel zu schnell Und... Warte mal Was macht er da vor unserer Einfahrt? Das ist er doch Hä? Hallo? Sonic! Komm, laufen weiter Ups Ey, ich hab ihn angefahren Der Nugle ist nicht drin so schnell Ey, wir verfolgen den jetzt einfach mal Guck mal Ja, so schnell ist er eigentlich gar nicht Ich dachte, er wäre eigentlich viel schneller, Leute Okay, machen wir jetzt mal Vollspeed Let's go Oh mein Gott, Leute Guck mal, wie schnell der ist Jetzt komm ich gar nicht mehr hinterher Alter, wie das aussieht Ey, nein Ach, der ist auch gefallen Ey Wie krank schnell ist denn der? Er ist so dick Nein, er hört mich nicht mal, Alter Ey, wo Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Was passiert denn hier? Und jetzt ist er da reingelaufen Okay, ich glaube, das ist Sonic's Haus, Leute Du hast gesagt, du sollst nur Anzüge anziehen Hä? Hä? Habe ich das nicht gesagt? Ey, Boss Tut mir leid Mein Gott, wirklich Jeder hat's immer als der andere Alter, was ist das hier? Boss, kann ich Ihnen etwas, äh, bringen Um Sie zu beruhigern? Bring mir einen Schokoriegel Okay, Boss Ey, Leute, guck mal, wie riesig seine Zäune sind Aber Ich weiß nicht, wie ich hier durchkommen soll, Leute Wir müssen uns einen sneaky Weg hier rausfinden Guck mal, da ist ein ganzes Gelände hier eingezäunt Aber der Idiot Guck, guck, das kann auch nur ein Idiot sein, Leute Guck mal, hier kann ich einfach durchlaufen Alter, und schon sind wir in seinem Ja, Grundstück, sag ich mal So, okay, wir müssen natürlich noch ins Haus irgendwie kommen Ich will jetzt nicht vorne zu den Securities gehen Aber Leute, das ist einfach Sonic's ein Haus Guckt euch mal seine Villa an Oh mein Gott Aber wie soll ich jetzt in sein Haus reinkommen, Leute Wir müssen springen hier Okay, ich spring jetzt hier drauf, Leute Nein Komm, kletter hoch, kleiner Paul Burger Nein, ich schaffe es nicht, Leute Ah, nein Ey, Leute, was soll ich machen Ich glaube, ich muss jetzt mit Vollgas hier drauf springen Ah Leute, wir haben es geschafft, hier drauf zu springen Oh mein Gott Okay, jetzt laufen wir einfach in sein Haus In seiner Garage stand schon ein fettes Auto Was ist das hier für ein Auto, Leute? Es wechselt einfach die Farben Hey, 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 Entschuldigung, hey Oh, hallo Deiner Junge, was machst du hier? Ich bin, äh, wegen Sonic da Aber der weiß schon Bescheid, ja? Nein, das ist mir scheißegal So, raus Nein, nein, ich muss hier Ich muss hier wirklich rein und so Hey, sehe ich so aus Das würde ich nicht mit deinem Kind auch abnehmen Okay, 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 tut mir leid Versuche ich mich zu verarschen Entschuldigung Das ist ein Privatgelände und das weißt du genau Ja, 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 aber ganz kurz eine Frage Wieso? Das weißt du genau? Ja, aber wieso wechselt ihr dieses Auto die ganze Zeit seine Farbe? Das geht dich gar nichts an Darf ich mich noch einmal bitte reinsetzen? Nein, ist mir scheißegal, wer du bist Diese kleinen Dreckskinder, die immer denken, die können raus da Ja, okay, ich gehe jetzt raus, okay? Nein, nein, Junge, sofort raus da Oh, guck mal, was ich kann Oh, ja, ich gehe raus, okay, ich gehe raus Alter, Leute, guck mal, wie das Ich habe ihn einfach rumgefahren Upsi Ey, ey, ey Oh mein Gott, das Auto ist irgendwie zu schnell Ja, Entschuldigung Entschuldigung Oh mein Gott, ich habe ihn weggeschleudert Nein, 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 Leute, ich fahre rum Oh mein Gott, was ist das für ein Auto, Leute? Und hier hat er gar keinen Zaun Hä, hat das Auto geklaut? Hat das Sonic-Auto geklaut? Oh mein Gott, Leute, das ist viel zu schnell Alter, was ist gerade passiert? Ich komme gar nicht drauf Klar, ich war kurz drinnen Jetzt bin ich wieder draußen Ich habe ein komisches Auto, was übelst schnell ist Ich glaube, das ist wirklich ein Auto komplett von Sonic Weil so schnell wie es fährt Aber ich wollte gar kein Auto klauen heute, Leute Ich sage euch ehrlich, ich will keine Autos klauen Ich will herausfinden, wieso Sonic so schnell ist Deswegen muss ich ganz schnell dahin Und wenn die Türsteuerung uns schon bemerkt haben Dann werden wir halt mit Gewalt reinstehen, Leute Was soll ich euch sagen? Let's go, Leute Wir gehen da jetzt einfach rein Und holen uns Sonics Ich weiß nicht Turnschuhe vielleicht Vielleicht bringen die uns schnelligkeit Okay, Leute Wir nähern uns dem Geblende Ich denke, jetzt sind die ein bisschen aggressiver drauf Weil ich das Auto geklaut habe Deswegen würde ich eigentlich Ich mache jetzt ein Drive-By-Shooting, Leute An alle Leute An alle Leute Mein Auto wurde geklaut Jeder Eindringen wird sofort eliminiert Sonic-Headshot-Ansage vorbei Nein, nein, nein Ich triff den nicht, Leute Okay, die Türsteuerung hier vorne habe ich mal eliminiert Warte, wir müssen den hier Wir tun uns ganz, ganz, ganz secret hier ranschleichen Da hinten sind noch welche So Männer, ihr habt das gehört Ab sofort werden die schweren Waffen verwendet Oh, nein, nein, nein Der Hände kommt Okay, nein, scheiße Alter, was hat der für eine Waffe? Sonic, Sonic Wir haben wieder einen Eindringling Wir haben einen Eindringling Ey, was ist das, Leute? Was hat der für eine Laserwaffe? Oh, mein Gott Ey, das ist dieser Typ von vorhin Wir müssen ihn irgendwie anders ausschalten, Leute Guck mal Eindringling, Eindringling Guck mal, was wir machen Ey, wir werden jetzt über die Büsche drüber Und dann zu ihm Security ist alle in der Einfahrt Security ist alle in der Einfahrt Ey, wo ist der? Wo ist der Junge hin? Oh, mein Gott, Leute Ich bin gestolpert Hey, hey, hey Nein, 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 nein Wir müssen springen Oh, mein Gott Bleib still Oh, mein Gott, das ist komplett schiefgegangen Ich wollte ihn einfach nur Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er Sonic, der kleine Junge ist wieder da Oh, nein, 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 Leute Oh, nein, 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 nein Alle Securities in die Einfahrt Alle Securities in die Einfahrt Wir springen wieder auf Oh, nein, Sonic Ey, Moss Boss, gut, dass wir sind Der kleine Junge ist da Ja, ich kümmere mich um mich Alter, nein, 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 nein Ey, wir müssen mit Sonic reden Wir müssen mit Sonic reden, Leute Ey, warte, bleib still, Sonic So schieß dich, Alter Wo ist der hin, Leute, ey, so schnell Nein, da sind noch Securities, Leute Oh, nein, oh, nein, oh, nein Tut mir leid, Securities Ey, ich weiß nicht, wo du Mann, ich will doch einfach nur rausfinden Wieso er so schnell ist, Leute Okay, Leute, ich finde irgendwie gar nichts, Leute Stehen bleiben Steine Junge, stehen bleiben Sonic, bitte, bitte schieß mich hier Was machst du hier? Ey, es tut dir voll leid Ich wollte eigentlich nur eine Sache fragen Und zwar, wieso bist du so schnell? Ja, wegen meiner Spieze Ich bin so schnell geboren Ey, Boss, 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 Boss Alles klar, kümmer dich um den Ey, nein, nein, nein So, Junge, jetzt ist es vorbei Waffe weg, Waffe weg Ich gebe auf, gebe auf, bitte Diesmal werde ich nicht zögern Ich habe nur Es ist mir scheißegal, ob du ein Junge bist Ich stehe dich ab, Junge Ja, okay Ich will nur ein Geheimnis wissen, dann bin ich weg Nein, ist mir scheißegal Wieso ist es doch nicht so schnell? Bitte sag es mir Guck ihn dir doch mal an Er ist ein blauer Igel Ja, aber wieso ist er so schnell, Mann? Okay, gehst du dann endlich, wenn ich dir sage Ja Das Geheimnis liegt in seinen Schuhen Wieso sind die Schuhen? Was sind mit denen? Ja, mehr erfährst du nicht So, jetzt verpiss ich hier, komm Ja, okay, ich gehe Ja, wo ist er denn? Halsche Richtung Alter, Leute Irgendwie haben die gesagt Das Geheimnis ist in seinen Schuhen Ey, Entschuldigung, ganz gut Ja Ich gehe hier hinten raus, okay? Nein Ja, ich will schneller gehen, bitte Ja, ich gehe doch weg Ich gehe weg Hallo, nein Nein, da habe ich mein Tod gefallen Ey, das ist ja nicht um den Ja, es tut mir leid, ich gehe jetzt schon Guck mal, ich spring hier runter, okay? Ins Wasser Nein Doch, ich spring jetzt Ich spring jetzt so Ey, entspann dich Ich spring jetzt, okay? Ey, ich werde... Oh Nein, Leute Der ist erledigt Der ist erledigt Alter, ich bin einfach undercover jetzt im Wasser Ich glaube, der... Okay, Leute Ey, diese Idioten, die suchen mich Leute, jetzt bin ich aber undercover Und jetzt werde ich einfach schön... Guck mal, wie undercover bin ich jetzt? Die denken jetzt, ich bin weg Schön hier hochklettern Okay, Leute Wir gehen jetzt einfach hier nach oben Damit rechnet jetzt keiner Wir haben sehr viele Securities eliminiert Ich denke Wir könnten jetzt vielleicht an Sonic seine Schuhe rankommen Wisst ihr, was ich meine, Leute? Hier ist einer Ich habe noch hier... Guck mal, das Auto Okay, schön undercover Ups, Leute Der ist runtergefallen Wir müssen vielleicht bei Nacht kommen Wenn Sonic schläft, Leute Und ihm dann die Schuhe im Schlaf ausziehen Das ist eigentlich... Warte mal, da hinten ist doch schon wieder jemand Oh nein, oh nein Wollen wir gesehen? Schön im Pool verstecken, Leute Ganz wichtig Schön im Pool verstecken Und jetzt hier hinten rum Guck mal, wir wählen den Outplay Hallo Okay, Leute Wir haben den Outplayed Hallo, ist hier jemand? Oh nein, oh nein, oh nein Oh nein, oh nein, oh nein Scheiße Das ist eskaliert Ey, Leute, ich wollte die gelassen Nein, 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 nein Es geht wieder los Es geht wieder los, Leute Verdammte Scheiße, verdammte Scheiße Verdammte Scheiße Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein Wo geht's lang, Leute? Ich schnapp mir jetzt einfach mal das Motorrad Und ich glaube, dann komme ich erst bei Nacht vorbei Oh mein Gott, Leute Jeff, hast du ein Glas Motorrad? Jeff, hast du ein Glas Motorrad? Oh mein Gott, oh mein Gott Guck mal, ich bin in diesem Motorrad, Leute Alter, Leute Was ist das für ein Motorrad? Das ist, glaube ich, das geheime Sonic Motorrad Ach du Scheiße Aber irgendwie hätte ich von Sonic gedacht Es wäre viel schneller Aber irgendwie ist es gar nicht so schnell, Leute Oder? Wartet mal Ich sehe hier Sonic Modus Okay, Leute Ich weiß nicht, was das bedeutet Ich drücke jetzt mal aufs Gas Alter, Leute Guck dich mal an Oh mein Gott Ich kann das Motorrad nicht fahren Es ist viel zu schnell Es ist viel zu schnell Alter, Leute Das ist der Sonic Modus Das ist, glaube ich, das schnellste Motorrad Was ich jemals gesehen habe Nein, 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 nein Oh mein Gott Ich bin so ein Idiot, Mann Jetzt habe ich das Motorrad kaputt gemacht Aber wir wissen Das Geheimnis von Sonics Geschwindigkeit Sind seine Schuhe Deswegen werden wir jetzt warten Bis es einfach Nacht ist Und uns an seine Schuhe ran sneaken Und seine Schuhe klauen, Leute Ich sage euch, wie es ist Ich will so schnell sein wie Sonic, Leute Und deswegen gehe ich jetzt erstmal nach Hause Okay, Leute Ich bin jetzt zu Hause angekommen Ich werde mich jetzt erstmal hinlegen Weil ich will jetzt warten Bis es dunkel draußen wird, Leute Weil Oder wir gucken nur ein bisschen Fernsehen oder so, Leute Wir chillen uns jetzt hier hin Und wir warten jetzt, bis es dunkel ist Damit wir Sonic stürmen können, Leute Let's go Okay, Leute Es ist jetzt langsam dunkel geworden Ihr seht das selber Ich muss mich aus dem Haus rausschleichen Nicht, dass Max irgendwie aufwacht Weil der ist auch noch zu Hause Schön leise hier raus So, Leute Ich habe mir auch hier noch hier Max hat irgendwie so ein 7er BMW hier rumstehen Den werden wir jetzt mitnehmen, Leute Wir gehen jetzt auf Undercover-Action zu Sonics Haus Und werden seine Schuhe klauen, Leute Heute will ich einfach die Geschwindigkeit von Sonic haben, Leute Und ich hoffe, das wird wirklich klappen Ich bin mir nicht so sicher Aber wir fahren jetzt hin Er wohnt nicht so weit weg Let's go Okay, Leute Wir sind jetzt beim Haus Oh mein Gott Mal gucken, ob da noch Security stehen Okay, da sind irgendwelche neue Einheiten da Ich weiß nicht, was das für neue Menschen sind Aber wir müssen die auf jeden Fall eliminieren, Freunde Bevor die uns eliminieren Weil ich glaube, das wird kein Spaß, Mann Sobald die uns drinnen sehen, Leute Wird es Rambaramba geben Deswegen schön Schön weggesniped die beiden Okay, Leute Die haben nichts gemerkt, hoffentlich Wir werden da jetzt einfach mit Vollkarache reinfahren, Leute Ich glaube, wir werden keinen Halamballa machen Let's go Oh nein, das ist schiefgegangen Ey, wer ist das hier in diesem Wagen? Oh nein, kommt Oh mein Gott, das ist komplett schiefgegangen Es ist komplett schiefgegangen, Leute Mein ganzer Plan ist komplett schiefgegangen Wir müssen da jetzt trotzdem Informieren Sie den Boss Informieren Sie den Boss Nein, 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 nein Ich fahre jetzt einfach rein, Leute Oh mein Gott, überall drüber Let's go, let's go, let's go Oh mein Gott, wir fahren einfach hier rein Was passiert hier, Leute? Oh mein Gott Nein, 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 nein Nein Ey, Leute, nein, der BMW ist hier runtergefallen Nein, wir müssen wieder nach oben laufen Ey, wir müssen hier hochklettern Okay, Leute, hier vorne ist doch Insecurity Der muss dich eliminieren, Leute Wir müssen jetzt alles eliminieren Nein, 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 da oben schießt mich ein Arm Oh mein Gott, Leute Ich muss dich hier drauf springen Da ist einer Da ist der, da ist der In der Einfahrt Der ist in der Einfahrt Okay, ich hab ihn, Leute Ich hab ihn Ey, was ist das eigentlich für ein Auto von Sonic, Leute? Ey, ich kann ja gar nicht einschränken Das spinnt komplett Ey, ich werde jetzt sein Auto in die Luft jagen, Leute Einfach damit die vielleicht Ja, das werden wir als Ablenkung nutzen, Leute Schön, der Hochbund war hier dran Ey, der ist dann runtergefallen Und, let's go Oh mein Gott Schön, den nächsten Security eliminieren Oh mein Gott Niemals, Alter Wo ist Sonic? Ich hoffe, der schläft Vielleicht hat er gar nichts mitbekommen von dem Und dann können wir Oh nein, hier ist noch ein Security Er hat das Haus betreten Er hat das Haus betreten Haltet ihn auf Hier noch einen umbringen, Leute Sonic hält gerade seinen Power-Nap Oh nein, hier ist noch ein Security, Leute Nein Okay, Leute, wo ist Sonic? Da schläft er wirklich, Leute Nein, hinter mir ist noch einer Ei Ei Ei, 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 ei Oh mein Gott Oh mein Gott Ich hab den Zugriff Nein Ei Ey, kleiner Palu-Burger Es ist Endstation Abknall, Leute, nein Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Okay, Leute Er schläft hier einfach, Leute Ich werde jetzt seine Schuhe nehmen, Leute Ich werde jetzt seine Schuhe nehmen Nein, nein, nein Okay Ich hab sie angezogen, Leute Okay, Leute Ich hab die Schuhe angezogen Oh mein Gott Sonic, Hände hoch Sonic, du machst die Hände hoch, Alter Ich bin schullos Ja, du bist jetzt langsam, Alter Guck mal, wie langsam du bist Guck mal, wie er jetzt schneller ist, Mann Oh mein Gott, Leute Ich glaub, ich hab... Oh mein Gott Nein Ich hab wirklich Sonic's Schuhe geklaut, Leute Guck mal, wie schnell ich bin Alter Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott, nein Er kann mich gar nicht mehr bekommen, Leute Sonic, es tut mir leid, aber ich wollte ein bisschen rein Und deswegen kriege ich jetzt weg Oh mein Gott Oh mein Gott, oh mein Gott, Leute Was ist das hier? Okay, Leute Oh mein Gott Er kann mich nicht mehr bekommen, Leute Guckt euch an, wie schnell ich bin Oh mein Gott, Leute Ich hab Super Sonic Schuhe an Alter, was passiert hier, Leute? Ich bin viel zu schnell für diese Welt, Leute Ey, ich ho... Nein, 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 nein Guckt euch das an Alter, ich flieg die ganze Hände Ich kann die wirklich nicht kontrollieren, Leute Aber wir haben es geschafft, Leute Au Ich will doch einmal nur normal laufen mit diesen Schuhen, Leute Oh mein Gott, komm, ich schaffe es Ich schaffe es, ich schaffe es Okay, ja, ja, ja Wir schaffen es Alter, das ist viel zu schön mit denen zu laufen, Leute Gebt euch das, Mann Oh mein Gott, was ist das, Leute? Wir haben auf jeden Fall heute geschafft, Sonics Superschuhe zu klauen, Leute Deswegen lasst ein dickes Like Abonniert den Kanal, aktiviert die Glöcke, um nichts zu verpassen Und schreibt in den nächsten Kommentaren, was soll ich als nächstes klauen Vielleicht irgendwelchen anderen Superfähigkeiten Bis zum nächsten Mal Ciao